Eine gute Nachricht fürs Braunschweiger Land. Unsere Sparkasse hier im Braunschweigischen, die BLSK, erhält so viel Eigenständigkeit wie nie zuvor. Das bedeutet mehr Entscheidungskompetenzen hier vor Ort fürs ganze Braunschweiger Land. Das Ganze ist niedergelegt worden in einer grundsätzlichen Verständigung zwischen NordLB, Finanzministerium und den Kommunen hier im Braunschweiger Land. Ein wirklicher Erfolg. Zudem möchte ich mich ganz herzlich bei Christoph Schulz bedanken. Unser Vorstandsvorsitzender, der erste Vorstandsvorsitzender der Braunschweiger Landsparkasse geht in den wohlverdienten Ruhestand. Wir Kommunen im Braunschweiger Land und auch ich persönlich haben hervorragend mit Christoph Schulz zusammengearbeitet. Das Braunschweigische hat ihm sehr, sehr viel zu verdanken. Alles Gute und die besten Wünsche für deinen Ruhestand, lieber Christoph.